Ja, so Leute, und zwar dieses Mal ein etwas anderes Video, ja, Let's Play Iggy gefallen ja meine Infovideos sehr, also widme ich dieses Infovideos einfach mal Let's Play Iggy, und zwar, ähm, ja, es geht darum, wie gefallen euch eigentlich meine Let's Plays, ähm, ja, es ist jetzt so, ich Let's Play derzeit vier Projekte, und zu diesem vier Projekte hätte ich gern eure Meinung, also, ja, ähm, ist jetzt etwas komisch gesagt, aber naja, also, ich werde jetzt hier einfach mal mitten ins Video so einen Link packen, zu meinem neuesten Minecraft Video, Let's Play Minecraft Part 15 German, die Hundehütte, ja, das Video, ähm, könnt ihr euch angucken, oder falls ihr es irgendwer schon gesehen habt, Ja, das ist eben mein neues Minecraft Video, und dazu hätte ich auch gern eine Bewertung, also, wie euch Minecraft so gefällt, schreibt ihr einfach in die Kommentare, ähm, Minecraft Doppelpunkt, und dann, ja, so viele Sterne, wie ihr eben den Let's Play geben würdet, Wie Sterne, also, wie man solche Sterne macht, das ist die Hochstelltaste, und da, und die Taste mit dem Plus, da kann man solche Sterne machen, oder man schreibt einfach 5 Sterne, also, ja, 4, 3, 2, 1 Stern, 5 Sterne ist die höchste Bewertung, halt, das ist jeder weiß, so. Dann packt euch auch noch jetzt in die Mitte einen Link zu Let's Play Together Donkey Kong Country, German 101%, Part 5, die dritte Welt wartet, ja, mein neuester Donkey Kong Part, ja, könnt ihr mir sagen, wie euch dat Let's Play gefällt, natürlich, Together mit Let's Play Iggy, natürlich wieder unten in die Kommentare, ähm, Donkey Kong Country, Doppelpunkt, und dann hinschreiben, wie viele Sterne ihr dem Spiel geben würdet. So, ähm, weiter geht's mit Harvest Moon, packe ich den neuesten Harvest Moon Part in die Beschreibung, und zwar, Let's Play Harvest Moon, Friends in Mineral Town, German Part 6, Hühnerfutter und Infos, ja, wie euch dat Spiel denn gefällt, was könnt ihr mir auch in die Kommentare wieder schreiben, also Harvest Moon einfach schreiben, und dann Doppelpunkt, wie viel Sterne ihr denn geben würdet. Dann geht es natürlich weiter mit Pokémon Feuer Rot, wer will, kann, äh, einen Kommentar hinterlassen, wer nicht will, der kann's vergessen, und, ähm, natürlich, Pokémon Schwarze und Weiße Edition bleibt dann noch übrig. Da packe ich jetzt auch den neuesten Link eben mal rein, wartet, ich guck mal, wie der neueste Part davon heißt. Und zwar, Let's Play Pokémon Schwarze Edition, German Part 6, und wie der jetzt heißt, weiß ich jetzt gerade nicht, äh, ja, genau, äh, der heißt Training, und so. Also, also, da könnt ihr auch mal schreiben, wie euch dat gefällt. Es ist keine Muss-Sache, ähm, man kann es machen, wenn man Lust hat. Ich wär natürlich froh darüber, ob euch meine Projekte gefallen, würde ich gern wissen, welches euch nicht so gefällt, welches euch sehr gut gefällt. Und dann lade ich eben in nächster Zeit die Projekte hoch, die euch am besten gefallen. So, war's auch mit dem Infovideo. Ich hoffe, einige Leute, also einige meiner Abonnenten machen da mit. Ähm, ich werd mir dann die Kommentare, ähm, ähm, 15. ungefähr durchlesen. Und dann folgen eure Lieblingsprojekte in nächster Zeit. Also, ich hoffe, dass die meisten mitmachen. Wär auch nicht enttäuscht, also, wenn ihr nicht mitmacht, also, ist mir eigentlich egal. Und damit beende ich jetzt hier mal das Video. Wir sehen uns dann. Tschüss, bis dann. Ja. Heute ist ein Tag, an dem mir so viele Reime einfallen. Tschüss, bis dann.